Tag auch, neuer Tag von Galaxy hier. Ja, am letzten Wochenende war schönes Wetter, also habe ich mir überlegt, Mensch, es ist wieder mal Zeit für ein kleines Lost Place. Also habe ich mich los gemacht, bin auch gut angekommen, habe aber festgestellt, dass die Anlage verschlossen ist. Ich bin nicht unbedingt als risikofreudig anzusehen, das heißt, ich klettere nicht über Zäune und Mauern, ich zwänge mich auch nirgendwo durch, zumal noch Schilder angebracht waren, dass diese ganze Anlage überwacht wird. Also habe ich diese Tour kurzart abgebrochen, habe die Zeit noch für einen ausgedehnten Waldspaziergang genutzt und bin dann wieder nach Hause gefahren. Das war für einer meiner closest Lost Place Tour überhaupt, das gehört aber dazu, so ist das Leben. Ein paar Aufnahmen konnte ich trotzdem mit einfangen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis denne, euer Dark Film Galaxy. und dann bevor ich mich für den Schilder Channel. Untertitelung des ZDF, 2020